Der Weg zu diesem Gesetz, der war kein leichter. Wir als Koalition, wir haben auf der Suche nach der richtigen Lösung hart miteinander gerungen, zu oft auch öffentlich. Wir haben es uns gegenseitig nicht leicht gemacht in diesen Verhandlungen und wir haben es auch den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land nicht leicht gemacht während dieser Verhandlungen. Wir haben Verunsicherung erzeugt damit, die nicht nötig gewesen wäre. Das müssen wir in Zukunft besser machen. Das werden wir in Zukunft besser machen. Aber am Ende dieses harten Ringens stand am Ende eine gemeinsame Lösung. Und damit übernehmen alle drei Fraktionen der Ampel eine Verantwortung. Eine Verantwortung dafür, dass man handeln muss.